Hallo, willkommen zum Quickie THG-Kote. Kleine Hintergrundgeschichte, 2007 wurde die Biokraftstoffkote eingeführt, dann 2015 in Treibhausgaskote, THG-Kote umbenannt. 2018 würde das Anrechnen von Treibhausgaseinsparungen ermöglicht, das heißt zum Beispiel durch Ladestrom, aber auch durch strombasierte Kraftstoffe wie zum Beispiel grünen Wasserstoff oder E-Fuels. Zuständig für die Überwachung der Quote ist übrigens der Zoll, deswegen findet ihr dort auch sehr viele Informationen über den aktuellen Stand. Wer muss die THG-Kote erfüllen? Die Quote muss von Firmen erfüllt werden, die über 5000 Liter Sprit, also Benzin oder Diesel, produzieren und in den Verkehr bringen. Ausnahme Produzenten, die direkt an die Bundeswehr liefern. Die Bundeswehr ist also nicht so grün wie ihre Uniformen. Seit 2020 liegt die Quote bei 6%. Davor war sie niedriger. Die THG-Emissionen müssen um diesen Anteil reduziert werden. Die Emissionen werden berechnet, indem man die CO2-Äquivalente der produzierten Kraftstoffe ermittelt. Wenn ich also zum Beispiel 10.000 Liter Benzin produziere, dann hat es einen gewissen Energiegehalt in Gigajoule und der wird multipliziert mit einem Faktor, um die CO2-Äquivalente pro Tonne herauszubekommen. Wie funktioniert der Quotenhandel? Nur Firmen können miteinander Quotenhandel betreiben. So könnte beispielsweise der Ölproduzent Shell beim Stromproduzenten Shell Erneuerbare Energien GmbH Ausgleichszertifikate für Windstrom kaufen. Dieses Beispiel ist nicht ganz aus der Luft gegriffen. Wie hoch ist die Strafe für das Nicht-Erfüllen der Quote? Für 2022 gilt eine Strafe von 60 Cent pro Kilogramm CO2-Äquivalent oder 600 Euro pro Tonne. Was bedeutet das jetzt für Elektrofahrzeuge? Ladestrom von Kraftfahrzeugen kann grundsätzlich angerechnet werden. Bei Strom aus privaten Ladepunkten wird eine Pauschale angenommen, die das Umweltbundesamt im Bundesanzeiger bekannt gibt. Zurzeit sind das zum Beispiel 2000 Kilowattstunden für PKWs oder Elektromotorräder. Wie bekomme ich denn jetzt Geld? Jetzt kommt der Punkt, auf den ihr alle gewartet habt. Privat könnt ihr gar nicht handeln. Das ist nur zwischen Firmen möglich. Ihr müsst also zu einem der vielen Anbieter gehen, die das für einen übernehmen. Sowohl Preis- als auch Akzeptanzkriterien sind jedoch sehr unterschiedlich und haben sich in den letzten Monaten tatsächlich auch noch geändert. Kurze Zusammenfassung. Wenn euch das jetzt zu schnell ging, ich habe euch die Quellen in der Videobeschreibung aufgelistet. Klar, darüber hinaus schaut doch mal bei PadElectric vorbei. Der hat nämlich ein Video zu der THG-Kote bereits vor einigen Tagen gemacht. Link ebenfalls in der Videobeschreibung. Und falls ihr nächsten Donnerstag um 21 Uhr noch nichts vorhabt, am 27.01.2022 gibt es einen Livestream mit PadElectric und dem Zero-Pioneer, bei dem ihr eure Fragen beantwortet bekommt. Ich hoffe, dieser kleine Quickie hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Bis zum nächsten Mal. Euer Krisch. Bonus. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass die THG-Kote vor allem Pauschalen hat für private Ladestationen. Natürlich gibt es auch die THG-Kote für öffentliche Ladesäulen. Der Gesetzgeber schließt nämlich grundsätzlich Plug-In-Hybride nicht aus. Der Zoll erwähnt diese sogar explizit auf seiner Webseite mit einem Hinweis zur Anrechenbarkeit. Aber trotzdem werden Plug-Ins bisher nicht für den Handel akzeptiert von den vielen Anbietern. Ich denke, und da muss ich jetzt ein bisschen raten, weil es dazu keine offizielle Aussage gibt, das liegt daran, dass man dafür Einzelnachweise braucht. Das heißt, man muss nachweisen, an welcher Ladesäule war ich, wie viele Kilowattstunden habe ich geladen, etc. Es ist also keine Pauschale mehr. Das ist natürlich sehr aufwendig. Darüber hinaus, der Letztverbraucher, der die THG-Kote bekommt, ist bei Ladesäulen der Ladesäulenbetreiber. Das steht so in der Ladesäulenverordnung drin. Das bedeutet, der Ladesäulenbetreiber müsste die THG-Kote wieder herausrechnen, wenn er sie weitergibt an den, der bei ihm lädt. Deswegen gibt es meines Wissens bisher keinen Anbieter, der überhaupt für seinen Kunden den tatsächlichen Verbrauch an öffentlichen Ladesäulen ersetzt. Obwohl das eigentlich vorgesehen wäre. Im Moment bieten die Anbieter alle nur Pauschalen an. Und das läuft über das Laden am privaten Ladepunkt. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ist auf jeden Fall nicht ganz einfach. Sehr bürokratisch. Und für alle Beteiligten ein bisschen ein Pain in the Ass. Für euch ist das relativ problemlos, weil ihr müsst nur zum Anbieter gehen, wenn ihr ein Elektrofahrzeug habt. Reines Elektrofahrzeug. Ihr gebt da die Daten zu eurem Fahrzeugschein an und wo ihr wohnt. Und das war es für euch. Den Rest übernehmen die Anbieter. Und das Kraftfahrtbundesamt, Umweltbundesamt. Whoever. So, jetzt ist aus. Wir bekommen die Anbieter. Wir können also versuchen,